Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Nutzer der Castro-Podcast-Up. Nein, ich habe sie nicht. Die eine, die ultimative Empfehlung, eine Alternative, die ihr gerade alle sucht. Aber auch ich habe geschaut nach Podcast-Ups, die der grundlegenden Idee einer verständlichen, einer einfach zu bedienenden und hübsch gestalteten Up folgen. Eine Up, die einfach Spaß macht.